Ich habe die Widerstände im Innern wie die Gegenwehr der Fremdrassigen immer mit brutaler Härte eiskalt niedergeschlagen. Fehler gemacht sind sie ohne Erbitt. Ich falle dem Russen mit drei Armeen, die bei Prag bereits stehen, in den Rücken. Er wählen sich bereits als Sieger, aber sie werden zehn greifen. Dann kommen die anderen doch zu der Überzeugung, dass es nur einer sein kann. Es wird ein böses Erwachen geben. Ja, das ist der letzte Verwacht! Oh nein! Ich werde krank! Feier! Feier! Feier!